Name your game. Erstmal wollen wir hier die Zwergeninsel fertig spielen und da hatten wir noch ein offenes Game. Das heißt, ich habe es kurzerhand schon probiert. Mindshaft Verteidigung. Ziel, befreie den Minenschacht vor eindringenden Monstern. So, wir müssen hier raufkatapultiert werden, genau. Und dann müssen wir Monster besiegen. Ja, so geht es nicht. Jetzt bin ich eh schon tot. Gut. Ich freue mich auf eine neue Runde. Ah, ich bin noch gar nicht tot. Vielleicht schaffe ich noch Bronze. Sieht gut aus. Die Dinger tun mir ein bisschen weh. Habe jetzt dazu bekommen. Oh Gott. Und schaffe es wahrscheinlich auf Silber. Ja. Silber ist geschafft. Perfekt. Mit so einem katastrophalen Start auch noch. Jawohl. Und da habe ich mich umgebracht, aber mit Silber. Und wir probieren es natürlich noch einmal. Haben jetzt gut aufgeladen. Wenn ich jetzt ein bisschen exakter bin, dann kann das auch was werden. Wie konnte ich hier daneben springen? schon wieder. Das ist katastrophal. Das ist katastrophal. Aber hey. Da geht noch was. Nee, doch nicht. Also ich glaube, Gold wird es nicht diese Runde, aber vielleicht nächste. Bring dich doch nicht immer selber um. Oh Gott. Oh Gott, schon wieder. Ja, jetzt ist es aus. Kein guter Highscore. Wir probieren es direkt nochmal. Oh, und jetzt ist der Anfang schon sehr gut. Das kann ja nur gut werden. Perfekt. Oh mein Gott. Habe ich wieder zu sehr gegreetet? Wie ging das denn, ey? Verarsch mich. Ja, das wird nichts. Nochmal direkt. Das hat so gut angefangen. Okay, diesmal fängt es nicht gut an. Also wird es eine gute Runde. Oh Gott. Come on. Ja, ja, ja. Das ist nice. Boah, jetzt sieht es gut aus. Jetzt geht es aber los hier. Oh. Und wir haben schon Gold. Sehr nice. Ich sehe es erst jetzt. Wir können sogar noch besser werden. Nein. Und das waren 6.600. Was für ein sensationeller Highscore. Ich will es aber nochmal wissen. Und deswegen mache ich es nochmal. Oh Gott. Ja, so geht es nicht. Ah, vielleicht. Nee. Das war es. 450. Nach der guten Runde. Eine schlechte. Und jetzt wieder eine gute nachlegen. Das wär's. Jawohl. Ja. Genau. Schlecht. Nein. 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 Nee, das war nicht gut. Komm, das Buch noch. Oh nein. Ein letztes Mal, würde ich sagen, machen wir es noch. Es besteht ja eh kein Druck mehr, da wir Gold schon geschafft haben. Es läuft aber hier. Oh Gott, immer wenn ich das sage, verkacke ich es. Gefährlich. Aber noch in Ordnung. Ich finde das ein mega nices Minigame. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt, aber für mich alles der Besten hier bis jetzt. Ja, ich schaff doch mal Gold. Sag's euch. Nein, daneben. Und da ist Gold. Das ist glaube ich schon ein neuer Highscore. Das sind 6550. Nee, knapp nicht. Aber das war's. Das soll es gewesen sein von diesem nicen Minigame. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Kommi oder ein Abo da. Und ich wünsche euch noch viel Spaß mit euren eigenen Games. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.